Ja, es wird immer klarer, die Bazooka aus China, dieser Stimulus, der wird wahrscheinlich die Kapitalströme in der Finanzwelt verändern. Das sehen wir schon relativ deutlich und dabei gibt es Gewinner und es gibt Verlierer. Zu den Gewinnern zählen offenkundig nicht die Tech-Aktien, aber zum Beispiel der DAX. Aber wir haben jetzt auf der anderen Seite eine geopolitische Eskalation. Es dürfte jetzt zu einem vollgültigen Krieg zwischen Israel und der Hezbollah kommen im Libanon, denn die Israelis haben versucht, Hezbollah-Chef Nasrallah zu töten. All das vor wenigen Minuten haben das Headquarter der Hezbollah in Beirut bombardiert und das wird wahrscheinlich jetzt am Wochenende zu echten Kriegshandlungen führen, möglicherweise eine Bodenoffensive der Israelis. Dann die Frage, was wird das machen oder wird sich der Iran da einmischen? Wie wird dieser Konflikt eskalieren oder vielleicht doch nicht eskalieren? Aber die Situation ist auf jeden Fall brandgefährlich. Aber schauen wir uns jetzt die Dinge mal an, die jetzt mit China verbunden sind und zu dieser Änderung der Kapitalströme führen. Hier sehen wir mal, Morgens Daily sagt, China-Aktien könnten noch weitere 10% kurzfristig steigen. Sie könnten vielleicht auch 30% oder 40% steigen, wenn das Ganze so weitergeht, so krass wie das derzeit ist. Aber China hat klar gemacht, wir wollen jetzt steigende Aktienmärkte sehen, denn diese Aktienmärkte sind wichtig für die Stimmung, sind wichtig, um auch Kapital ins Land zu holen. Man hat ja viele, viele Maßnahmen, über die wir bei Finanzmarktwelt schon berichtet haben, hier unternommen. Es gibt aber ein Problem, es gibt kaum Maßnahmen, die direkt den Konsum anschieben. Und dieser Konsum ist das Problem, weil die Leute sich enthebeln und wo keine Nachfrage ist, ist es schwer, Nachfrage zu erzeugen. Sei es drum, wir sehen, dass einige hier auf der falschen Seite stehen, offenkundig. Quant Hedge Funds sind wohl hier massiv betroffen von schäftigen Verlusten. Die sind wohl auch teilweise nicht rausgekommen, weil es ja an den Börsen wie in Shanghai teilweise zu Handelsunterbrechungen kam, weil das Volumen so groß war. Also hier hat es ein paar richtig erwischt. Vielleicht geht da einer oder zwei vielleicht auch noch über den Jordan. Das werden wir sehen. Und wir sehen auf der anderen Seite, hatte ich ja heute Morgen schon berichtet, die Industrieprofite aus China. Minus 17 Prozent zum Vorjahresmonat. Und Mikal Servi zeigt, dass diese Industrieprofite in China praktisch ein Frühindikator sind für das, was kommt. Nämlich für das, was die Earnings per Share betrifft. Also praktisch die Gewinne vieler Unternehmen. China strahlt da ein Stück weit auf die Welt aus. Und das könnte bedeuten, dass wir bald sehr viel schlechtere Daten der Unternehmen wie auch Wirtschaftsdaten sehen. Dazu gleich dann noch mal mehr. Gleichzeitig aber sind die Aktienmärkte jetzt auf dem höchsten Stand, was die Marktkapitalisierung betrifft, in Relation oder auf dem höchsten Stand, wie wir ihn zuletzt der Oktober 2021 gesehen hatten. Also als die Zinsen noch bei Null waren und die Notenbanken massiv Liquidität in die Märkte gepumpt hatten. Und deswegen sehen wir jetzt auch eine neue Mode, weil eben China aggressiv lockert, während Japan vielleicht sogar die Zinsen anhebt. Also raus aus Japan, rein nach China. Das sehen wir hier bei diesen Geldflüssen in dieser Tabelle von oder in dieser Grafik von Goldman Sachs. Und dazu kommt jetzt noch, dass in Japan ein Sack Reis umgefallen ist. Eine echte Überraschung. Ischiba ist jetzt der wahrscheinliche nächste Ministerpräsident. Er ist zum Vorsitzenden der liberal-demokratischen Partei geworden, die ja in Japan praktisch wie eine Monarchie regiert. Und Ischiba ist eher ein geldpolitischer Falke, während die bisher favorisierte Kandidatin gesagt hatte, ja warum sollen wir denn die Zinsen anheben, ist doch super, wenn der Yen schwach ist. Der sagt genau das Gegenteil. Und das hatte Konsequenzen heute an den Märkten. Wir sehen Dollar-Yen, Bums, nach unten war vorher gestiegen, aber dann massiv nach unten geknallt. Denn Nikkei Future mal eben gut 2000 Punkte nach unten gegangen. Wahnsinnsbewegungen, nachdem eben diese Kandidatin, die bisher favorisiert war, Takaiichi, es nicht geschafft hat, hier den Vorsitz der liberal-demokratischen Partei zu erzielen. Das nur am Rande, aber es zeigt, wie die Dinge hier sozusagen ineinander wirken. Und hier hat die Bank of America jetzt mal gesagt, okay, was wäre denn die Logik eigentlich mit diesem China-Stimulus? Wer profitiert am meisten? Und da kommt man auf vor allem Commodities, Materials und Emerging Markets, Homebuilders, also Immobiliengeschichten, Semiconductors, Financials, dann Germany, DAX. Und viele wundern sich ja, warum ist jetzt der DAX so stark? Ja, deswegen und Industrials und so weiter und so fort. Also wir sehen, dass die Dinge sich hier ein bisschen verschieben und wir sehen, dass der DAX zum Beispiel jetzt sich deutlich besser als der Nasdaq entwickelt oder in den USA auch besser sich der Dow Jones entwickelt als eben die Tech-Werte. Hier sehen wir die europäischen Aktien nochmal zusätzlichen Rückenwind bekommen, weil wir heute Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien hatten, die tiefer waren als erwartet unter die 2%-Marke gefallen sind. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass die EZB schon im Oktober dann nochmal die Zinsen senken wird. Hier sehen wir das. Da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit 80% inzwischen, dass die EZB auf diese nachlassende Inflation bei gleichzeitig doch ziemlich Mauerwirtschaft reagieren wird und muss. Und so sehen wir in der Summe praktisch jetzt den Monat hier September, der ja jetzt zu Ende geht am Montag, mit den größten geldpolitischen Lockerungen seit April 2020, also seit Corona. Und das ist insofern bemerkenswert, als wir ja eigentlich doch überall hören, ja Wirtschaft läuft doch gut, vor allem in den USA, was ist da los? Und auf der anderen Seite sehen wir dann, dass aber natürlich Gold Sinn macht als Absicherung. Erstens als Hedge gegen die Schulden, gegen Defizite, gegen letztendlich diese totale, ja wie soll man sagen, Eskalation, die auch im Bereich der Notenbanken der Fall ist, indem sie jetzt sehr, sehr schnell die Zinsen senken. Manchmal zu Recht, manchmal nicht zu Recht. Das ist die Frage, die wir wahrscheinlich erst hinterher wissen. Aber wir sehen dann eben auch an den Finanzmärkten, wie die Dinge hier laufen. Dow Jones heute 1% im Plus, kann sich alles ändern, ist sehr dynamisch die Lage. Nasdaq dagegen im Minus, wir sehen eine nie wieder im Minus. Wir sehen dagegen den Russell, also die Nebenwerte in den USA mit 1,5% stärkster Index. Also all das, was von Zinssenkungen profitiert, was von Stimulus profitiert, wenn praktisch jetzt hier richtig Geld reinfließt nach China. Und wir sehen auf der anderen Seite, der Nasdaq 100, der hat jetzt seinen Gap und damit sein Kursziel aus Mitte Juli angesteuert und ist davon erstmal abgeprallt. Aber das ist sicher reiner Zufall, wenn wir uns heute mal die verschiedenen Sektoren anschauen, dann sehen wir, es sind Materials, die stark sind. Es sind solche Werte wie Utilities, es sind Finanzwerte, es ist vor allem Energie jetzt erstaunlicherweise. Warum werden wir gleich nochmal sehen und überhaupt diese ganze Energiegeschichte ist ja wirklich ein Rätsel. Wenn jetzt der große Stimulus der Fall ist und sehr viel Kapital nach China fließt und man sich erhofft, dass die chinesische Wirtschaft deutlich erholt. Deswegen, warum steigt dann der Ölpreis nicht? Würde doch normalerweise bedeuten, dass die Nachfrage nach Öl steigt, aber ist irgendwie nicht so wahrgenommen von den Märkten. Wir sehen den Energiesektor in Relation zum S&P 500 jetzt auf dem tiefsten Stand seit Februar 2022. Und dazu noch diese geopolitische Situation, Nahe Osten, Israel, Hezbollah, Iran. Mal sehen, was passiert. Und hier sehen wir mal den Ölpreis, wie er noch vor einer guten Stunde der Fall war. Normalerweise müsste auch Öl von sinkenden Zinsen profitieren, weil man sich sagt, naja, dadurch wird die Wirtschaft gestärkt. Wenn die Wirtschaft gestärkt ist, steigt die Nachfrage nach Öl. Aber die Saudis haben gestern gesagt, naja, wir produzieren ein bisschen mehr und die Pfeifen auf das Kursziel 100 Dollar. Aber das Ganze kann sehr, sehr schnell gehen, yes. Denn nicht nur scheint Israel jetzt massiv Truppen zusammengezogen zu haben an der Grenze zum Lebanon, sondern man hat vor etwa einer halben bis dreiviertel Stunde das Headquarter der Hezbollah im Süden Beiruts bombardiert. Diese Gebäude zerstört, massive Angriffe und das Ziel, das erklärte Ziel war Nasrallah, also praktisch der Hezbollah-Leader. Und das ist nochmal eine weitere Eskalation. Man hat ja die Nummer zwei schon rausgenommen, aber direkt jetzt den Oberchef praktisch zu attackieren, das wird die Dinge durchaus weiter eskalieren, so ist zu vermuten. Mit Konsequenzen, die wir noch nicht absehen können. Kann sein, dass da wieder viel Säbelrasseln kommt von den Iranern und auch von der Hezbollah. Aber jetzt ist die Lage wirklich ernst. Jetzt geht es um Leben und Tod in dieser Geschichte. Und deswegen glaube ich, wird die ganze Sache ziemlich heiß werden. Heiß ist auch das, was ich jetzt Ihnen mal ans Herz legen möchte. Und zwar gibt es einen neuen Börsenbrief. Da heißt Fugis, nämlich Fugmanns Trading Woche. Da versuchen wir Chancen am Markt, ob long oder short zu nutzen. Und das mit meinen beiden Lieblingsanalysten Michael Borgmann und Stefan Jäger. Leute, von denen ich sehr viel halte und von denen ich glaube, dass sie für sie sehr gute und inspirierende Ideen haben, was da alles zu erwarten ist, wie die ganzen Ansätze sind, warum sich das lohnen könnte, sich das zumindest mal anzuschauen. Das haben wir in einem Video, wo die beiden Herrschaften das mal zeigen, wie sie vorgehen, für sie vorbereitet. Ich packe Ihnen mal den Link unter dieses Video. Würde mich freuen, wenn Sie da mal reinschauen und vielleicht ja dann genau das Gegenteil tun. Geld von dem, was dieser Fugmannsche Börsenbrief praktisch vorgelegt. Also unter dem Video der Link. Und dann natürlich auch der Link zum zweiten Teil dieses Markeflüsters. Denn da gibt es sehr interessante Entwicklungen in den USA in Sachen Inflationszinsen und was alles damit zusammenhängt. Also auch dieser Link natürlich unter dem Video. Ich sage mal Servus, bis gleich.